Moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Bier-Tasting. Heute eine ganz besondere Folge und das im doppelten Sinne. Zum ersten ist dies eine besondere Folge, weil wir zum allerersten Mal ein Sponsor-Bier bekommen haben. Wir haben zum ersten Mal Bier gestiftet bekommen. Also es wurde uns geschenkt, damit wir das testen können. Und zwar von meiner Schwester und Knudi, Jana und Knudi. Dem einen oder anderen ja schon ein Begriff, weil sie uns das Refraktometer geschenkt haben. Und was noch? Aber ich kann da bis heute nicht mit innen. Zweiter Gewinner von der D-Fraktion. Ja genau, und zweiter Gewinner war meine Schwester. Ach, die sind so eng mit diesem Kanal verworren. Darauf gehe ich gleich nochmal im genaueren ein. Und zum anderen. Und der alte Kuppel. Stell ich mal vor. Ja. Damit hat er nicht gerechnet. Die meisten kennen mich ja wahrscheinlich schon. Auf seinem YouTube-Kanal. Genau, genau. Von meinem Kaffee-YouTube-Kanal. Nee, aus Flensburg eingefahren wurde bei schlimmstem Schneechaos. Deshalb auch noch die Optik. Ja, es war wohl an der Zeit, dass hier mal jemand auf die Bühne kommt. Zucht und Ordnung reinbringt. Sagen wir es, wie es ist. Ja, das zum einen. Und zum anderen auch jemand, der über Schia, ja, eigentlich wie ein Superheld. Ich bin wie Spider-Man, was aber Geschmack angeht. Da bin ich echt gespannt. Das ist Maya. Ja. Alter Kollege von uns, der uns heute mal besucht hat. Wir sind nebenbei am Braun und so weiter und jetzt geht's endlich mal los. Und wir haben auch nicht so viel Zeit. Also schnell reden. Genau. Und deutlich reden. Schön, dass du da bist. Schön, dass du uns unterstützt. Ich will kurz noch mal was dazu erzählen. Also, das Bier haben uns Jana und Knudi zur Verfügung gestellt. Hat er gesagt schon. Es kam aber dazu, dass die mit Freunden, nämlich mit Petra und Rolf, sich zum Essen getroffen haben. Petra und Rolf, Biertrinker, trinken aber nur Altsumbacher. Und das lassen sie sich immer aus Thüringen von einem Lieferanten irgendwie mitbringen. Meine Schwester natürlich, wie sie ist, sofort gesagt hat, oh, das ist aber interessant. Mein Bruder und so mit seinen Kollegen, Bier und bla bla bla. Und da haben Petra und Rolf direkt gesagt, nimm mal drei Flaschen mit. Also eigentlich haben die uns das gespendet. Und da konnten sie auch nicht wissen, dass wir heute vier sind. Genau, da konnten sie, also dementsprechend alles in Ordnung. Ein ganz liebes Dankeschön raus an Petra und Rolf und an Jana und Knudi. Vielen Dank für diese Spende. Worum geht's aber eigentlich? Um Altsumbacher Dunkel. Also ein Dunkelbier der Privatbrauerei Gessner kommt aus Thüringen. Und der Ort, wo das herkommt, ist Sonneberg. Wie kommt's nun zu dem Namen Altsumbacher? Altsumbacher ist das alte Wort für Sonneberg. Also es ist die Traditionsmarke von denen. Also die ganze Privatbrauerei Gessner, derzeit immer noch im Familienbesitz von Manuela und Bernd Schäfer, heißen die Besitzer. Die Brauerei G hat aber schon eine 400-jährige Tradition. Seit 622 sind sie am Brauen. Und berufen sich absolut auf dieses Ländliche, dieses Traditionelle von Handwerk mit viel Liebe und so weiter, wie man das kennt. Darf ich Klugscheißer sein? Na, schieß los. So traditionell, dass die auch noch die alte Rechtschreibung benutzen. Genuss mit SZ. Ja, das ist ein Konzept, das von A bis Z durchgefahren wird. Tradition ist Tradition. Also ich dachte, dass ich ein Klugscheißer bin. Nee, nee, das auch. Sorry. So, genug der großen Vorstellung. Das war ja jetzt vierige Rede am Anfang. Jetzt kommen wenig Getaste. Genau. Ja, also auf den Hunden. Dir gebührt die Ehre. Da lag aber auch Hass drin. Also, seinem Namen wird es auf jeden Fall schon gerecht. Es handelt sich um ein sehr dunkles Bier. Ich finde den Schaum richtig gut. Schnubbert schön süß. Vor allen Dingen ist das so ein cremiger Schaum. Nicht so feinperlig, sondern echt cremig. Fein blasig. Ja, so sagt man, ne? Von mir ist er ein bisschen grob blasig. Ja, weil du auch so grob schlecht nicht immer einschreibst. Meier soll das machen, der ist neu. Ja, Meier, sag uns was. Ja, nicht hier lange lesen. Ja, das ist eigentlich meine Stärke. Lesen. Das ist mir nie so aufgefallen eigentlich. Hm. Der Hm ist schon mal ein guter Anfang. Also, ich habe eben ja nochmal hier ein IPA aus dem eigenen Hause getrunken. Ah, danke. Wie war's? Aber das natürlich kann man nicht vergleichen, denke ich, mit einem Dunkeln. Aber berufstechnisch kommt hier nicht viel bei mir an. Dabei habe ich ja extrem, also mein Russland ist extrem gut. Dafür so bekannt. Deswegen hieß auch die ganze Jugend über Meier die Nase. Ja. Also, ich finde da eine klare Malzsüßung. Malzsüßung, ja. Süßigkeit, Süßigkeit, Süßigkeit. Also extremer Malz. Und ich finde, man riecht einen ganz leichten Rauch noch. Minimal, aber ganz minimal. Ja, da wäre ich dabei. Ah, da sind wir uns aber richtig einig heute. Ja, heute schon. Guckt nur so in Verständnis voller Augen. Ihr habt euch wieder verschworen. Einfach nur, weil ihr mich raushaben wollt. Trinken ist mir warm und wilder. Nee, ein anderes Anstoß. Achso. Oh, Entschuldigung. Danke, dass du da bist. Ja, danke für die spontane Einladung hier. Ja. Oh. Ist aber eine rauchige Note drin. Mmh. Mmh. Und ich mag nicht gerne Rauchbier, aber das geht noch. Na gut, das ist jetzt auch weit weg von einem Rauchbier, aber... Ja, ja, aber ich meine, das war wirklich positiv darstellen. Ja, aber das kommt erst so im Nachgang. Die Rauchigkeit ist nett. Dann machen wir das wieder leicht... Nee, säuerlich, aber es hat so eine Spritzigkeit. Spritig? Nee, nicht sprittig. Achso, ist was anderes? Ja, also... Achso, spritzig bei uns. Im Sinne von... Es prickelt auf der Zunge und im Nachhinein kommt dann dieser Rauchgeschmack hin. Für den Dunkel finde ich sehr angenehm. Ist nicht so stark. Es ist... Hat ja auch nur fünf Volumen, ne? Sehr weich. Also so im ganzen Mund. Das kommt... Das ist... Ja, weich einfach. Ein anderes Wort fällt mir dafür nicht ein. Für Dunkels kann man davon mehr trinken als nur eins. Also es ist nicht so, dass es jetzt wieder... Es ist süffiges Dunkles, ne? Genau, also das finde ich auch. Du bist nicht gleich satt. Genau. Es hört nämlich auch ein bisschen an Malzbier. Malzbier. Ja, es hat halt einen deutlichen Malzkörper. Ja, aber ohne, dass es irgendwie großartig nach Alkohol schmeckt tatsächlich. Ja, die fünf... Nee, wie viel? Fünf. Fünf, zwei. Fünf, zwei schmeckst du nicht raus. Wow. Aber lecker. Fünf, zwei ist halt... Also ich glaube, ich trinke... Ich habe sonst dunkle häufiger mit etwas mehr Volumen gehabt. Also ab sechs aufwärts so. Ich finde, es ist ein sehr ausgewogenes, süffiges Dunkles. Also es bringt für mich genau das, was ein Dunkles, was positiv an Dunklem ist, in dem richtigen Mischverhältnis mit. Also du hast diese Malzigkeit, genau. Du bist nicht gleich satt. Du hast eine ausgewogene Malzigkeit, leichte Rauchigkeit, die das dezent da ist, einfach nur um es interessant zu machen, finde ich. Das ist einfach nur so da und du sagst so, hey, hier ist auch ein Rauch in der Ecke. Ich finde auch das Label, ja, wenn man eigentlich Label in dem Fall, weiß ich gar nicht, ne? Ich nenne es mal einfach so, finde ich eigentlich auch doch ziemlich cool. Ich dachte erst... Es ist groß. Das ist gerade... Ja, das stimmt. Vor allem, die Flasche ist ja schon groß und das Label ist noch viel größer. Du musst die Flasche drehen, um das Ganze... Genau. Finde ich aber geil. Aber ich finde die Aufmachung... Schmuck. Das ist einfach dieses Gesamtkonzept, deutsch, traditionell, Reinheitsgebot, absolut nicht schlecht. Heißt das auch Prägung in der Glasflasche? Finde ich irgendwie nett. So ein Relief-Ding da. Ne, geiles Bier. Leere Flasche, bitte nicht verschließen. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Das haben sie uns bei der Brauerei besichtigen in Flensburg, haben sie uns das immer erzählt. Aber wir wollen ja Arbeitsplätze schaffen, von daher, wir machen dann nachher schön wieder zu und wir schaffen Arbeitsplätze. Ich mache sie wieder auf. Abschlussrunde, wir zu langen. Ja, wie gesagt, eigentlich ist halt das Dunkle nicht so mein Geschmack. Ich bin ja also IPA-Verfechter, aber mir gefällt es auf jeden Fall so gut und ich würde es auch für jemanden, der in diesen Bereich rein schnuppern möchte und so ein Einsteigerbier probieren möchte, vielleicht das empfehlen, um halt sich dran zu gewöhnen, in diese Richtung zu gehen. Das soll ich dir sagen. Total. Überraschend süffiges dunkles Bier. Also normales Dunkle ist ja nicht so süffig. Ich finde es richtig stark, weil es einfach so nett geschmeidig in den Hals reingeht. Ja, nett geschmeidig. Ich kann mich auch nur wiederholen. Ich finde, es hat all die Sachen, die man an einem dunklen Bier gut finden kann, so komprimiert in einem verträglichen Maße, ist ein absolut süffiges, schönes dunkles Bier. Das Einzige, was ich leicht bemängeln würde, ist der Geruch. Also da schwingt für mich irgendein kleiner... Also irgendwas in dem Geruch sagt mir einfach nicht so zu, das findet man im Geschmack aber gar nicht wieder. Überhaupt nicht wild, macht es für mich nicht kaputt. Ein super Bier. Ich hoffe, die Einleitung war nicht zu dahin gerattert und so weiter. Nochmal ein herzliches Dankeschön an Jan und Knudi, Petra und Rolf. Cooles Bier. Und nun ein letztes Dankeschön an unseren Gast, der nun die Ehre des Abschlusswortes hat. Und sehr hohen Druck. Ja. Muss ich nicht anstarren. Ja, das ist mir sehr gut, ja. Ja, die Nase. Wie gesagt, am Anfang habe ich ja Dinge von mir gegeben, die nicht dem entsprachen, was hier meine Expertenrunde gesagt hat. Ich bleibe auch dabei. Wir haben jahrelange Erfahrung. Ja, stimmt. Hier sitzt ja die Expertise. Dazu werde ich auch gleich noch was sagen. Am Schluss die große Abrechnung. Ähm, ich muss auch zustimmen. Ich finde Dunkel eigentlich auch generell ganz geil. Und das hier könnte man sehr locker den ganzen Abend fast trinken, würde ich mal sagen. Also sowas habe ich, glaube ich, bei Dunkel bisher noch nicht gehabt. Ja, vielleicht mal für die Fans auch da draußen. Das ist hier gar nicht so. Ja, endlich. Mir kommen die Tränen. Ist ja ganz unaufgeregt hinter den Kulissen. Ich durfte jetzt ja mal reingucken. Wie, das ist unaufgeregt? Ja, man denkt ja. Hier war hektik und Stress. Genau, aber hier wird mit Ruhe zumindest gebraut. Was ich bisher gesehen habe, das Ergebnis sehe ich gleich erst. Im Eingestand, die Köppelschöpfe eben immer nur um ihren Raubmaster, ist das das korrekt? Brainfather. Brainfather. Das muss natürlich auch Englisch sein. Und haben immer nur nachgeschüttet. Also das Ergebnis sehe ich gleich erst. Und ich darf es ja auch lange nicht probieren dann, aber ja, mal schaut, zurück zum Bier, von mir auch Empfehlung. Also kann ich das nicht verstehen. Wenn man jetzt sagen würde, ich will auf jeden Fall Dunkel trinken und mir sind alle dunkel, wie ich es sonst so kenne, so krass, um davon zwei abends zu trinken oder drei, dann sollte man sich das wirklich liefern lassen. Wunderbar. Ich glaube, wir sind alle zufrieden. Du bist aufgenommen. Du bist Doppeltöpfer. Ehrenmitgliedschaft. Ich höre unseren Brainfahrer piepen. Wir müssen Feierabend machen. Vielen Dank an alle Beteiligten. Das war eine Special-Folge im doppelten Sinne. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Wer soll's sagen? Das Schlusswort. Bleibt uns gewogen. Bleibt uns gewogen. Ihn. Bleibt ihm. Ja, krass.